Der RAP 1580 von Rotel ist ein ideales Allround-Gerät für das Heimkino von anspruchsvollen Nutzer. Zwar ist der AV-Verstärker ziemlich gross, er überzeugt aber durch seine hochwertige Qualität und kann auch verschiedene Einzelkomponenten ersetzen. Dank acht HDMI-Eingängen für 4K-Quellen kann man jede Menge Zuspieler anschliessen. Auch für Plattenspieler, Radio- oder XLR-Signale stehen entsprechende Anschlüsse zur Verfügung. Konfiguriert wird der RAP 1580 komplett über das Display auf der Vorderseite. Sobald ein Fernseher angeschlossen wird, sind Informationen gerade auch auf dem grossen Bildschirm sichtbar. Im Inneren sind nur die besten Komponenten verbaut und die Ingenieure des Unternehmens haben das Innenleben sorgfältig und mit grossem Aufwand designt. Die grossen Kühlkörper und der riesige Ring-Trafo helfen dabei, dass auf sieben Kanälen mit je 100 Watt ordentlich Power ausgegeben werden kann. So ist es zum Beispiel möglich, das Heimkino für eine hochwertige Wiedergabe von Filmen mit Dolby Atmos oder DTS-X-Tonspur einzurichten. Auch Surround-Aufnahmen von Musik werden atemberaubend wiedergegeben. Die verbauten DA-Wandler enttäuschen auch audiophile Nutzer nicht und sind ausserdem für High-Race-Audio gerüstet. Die Klangqualität überzeugt beim RAP 1580 auf voller Linie und stellt viele Konkurrenten in den Schatten. Und das egal ob im Stereo- oder im Surround-Modus. Der Preis von 4'650 Franken ist in Anbetracht der Leistung also absolut gerechtfertigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017